so ja ich möchte nicht möchte ich guck dir dieses level an das ist fürchterlich jetzt ist dieser raum ist einfach mal abartig ich hab ein feuerzeug hier unten das feuerzeug kann ich das noch irgendwie aufnehmen ja kann ich kommt pack mal dahin aber da fehlt mir ein ich hab ja noch die kamera ach okay die frage ist läuft die hessierguss jetzt irgendwo rum ok schluss ich gefunden i found the key und genau das ist was ich so hasse ich 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 Eizu! Masada! Oh! 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 Was? Aber nutz die Scheiße! Los, komm! Mach! Oh! Nee! Es wird gespeichert! Es sieht nicht gut aus! Ich kann nicht zurück! Ich kann nicht zurück! Ach du Scheiße! Ihr könnt wetten, da passiert links oder rechts! Irgendeine Scheiße passiert doch hier! Ach Gott, Alter! Ist mir ein bisschen aufregend das Spiel! Ist mir aufregend! Oh! Wir hatten ja die These! Äh, oder ich hab die These aufgestellt! Äh, diese Vogelkäf hier irgendwie! Das hat so eine Art, äh, Hölle! Ne? Quasi für die Kleine ist! Weil die ja irgendwas... Mit diesem Pikern gemacht hat! Mit diesem Vogel irgendwie! Wahrscheinlich hat sie ihn... ...getötet, oder? Was hast du? Oh! Aber als, äh... Das hat sie auch nur gemacht, als sie besessen war! Von unserem Freund! Okay! YOLO! Oh, links heißt es passiert! Aber weiter! Ich sie kommen! Ich sie kommen! Was? Wie? Was? Was? Oh! Nimm Schub, Junge! Oh! Mach auf! Ach, Mann! Komm mal breit zu! Oh! Ich hab's doch jetzt! Ich hab's doch jetzt! Ich wichser! Ich geh so schön wie ein Hechin! YOLO! Ich fühl mich so wie das... ...die Tür nicht noch aufmachen kann... Pfff... ...ein Vogelkäfig! IKOU! So... Können wir das nicht machen... Das klemmt. Ja, das mag ich ja. Was ist die Tür? Was ist die Tür? Was ist die Tür? Was ist die Tür? Mäuschen, was machst du da? Mäuschen! Hallo! Ich drehe mich nicht um. Ne, drehe mich nicht um. Hundertprozentig kommt jetzt in einem scheiß Jumpscare, wenn ich mich jetzt umdrehe. Was ist die Tür? Was ist die Tür? Die Tür ist wieder da. Die Tür ist wieder da. Was? Was ist das? Oh, fuck. Was krieg ich denn hier falsch, Alter? Aber ich... Moment mal. Fotoapparat. Das heißt... Wenn wir... Monster fotografieren, findet das nicht gut. Irgendwie. Wir sehen's denn und das findet's scheiße. Ist hier Fotos? Können die Fotos nehmen? Kann ich... Ach du Scheiße. Kleiner Kleiderschrank und hier sind so ne komischen Vögel dran. Tja. Kann man nicht nehmen. Eine Mini-Schrank... Mini-Schrankwand. Können wir hier? Wie ist das hier noch von der Weißerei? Aha. Was haben wir denn noch? Was ist denn das? 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 Ja, eindeutig sieht das für mich aus wie die Reste von Optimus Prime. Tut mir leid. Ist ja wohl klar. So, was ist denn das? Alter. Ey, haben wir schön die Kuscheltiere hier in die Wand gerammt oder was? Ach du Kacke. Was ist hier? Diese Schotze passt hier drauf. Sieht man hier irgendwas? Ist das ein Wort, was man hier erkennen kann? Hier so quasi? So in der Mitte? Ne, steht nicht. Oder? Tja. Nächste Tür. Oh, ey, was sind wir jetzt? Oh Gott, wir sind zurück im Haus. Ach, je. Wirklich beruhigend. Okay, woher jetzt diese... Auf gar keinen Fall gehe ich da hin. Auf gar keinen Fall. Ein Schrank? Ein Schrank? Nichts. Glaubst du wirklich, ich habe den Aufmacher? Glaubst du wirklich, ich habe den Aufmacher? Und den Aufmacher? So. Ist hier noch was an der Tür dran oder so? Ja. Oh, ey, ich habe den Aufmacher, ich habe den Aufmacher, ich habe den Aufmacher. Ja, natürlich ist die Dunkelheit so, ach du Scheiße. Und... Oh, wenn ich schon mit diesem Tiefler sage, oh. Oh, bitte. Ach du Scheiße. Alter. Wie? Wie? Was? Wir sind im Haus. Das Bad sah anders aus. Warum sieht das Bad jetzt so aus? Da kann es doch mal schön vergessen, macht der Dreck den zu. 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 Ja, scheinbar haben wir Lucys Kapitel geschafft. Gucken wir mal ganz kurz. Lucie? Lucie? Ja. Was ist das? Hier fällt eine Schaufensterpuppe. Aha. Ja. Erste Kapitel geschafft. Krasser Scheiß. Krasser Scheiß eigentlich. Äh. Gut. Ich finde wir haben jetzt hier einen ganz sauberen Abschluss. Irgendwie. Und ähm. Kapitel 2. Ich weiß ja nicht wo Kapitel 2 überhaupt zu starten ist. Warte mal. Im Keller war eine Schaufensterpuppe oder? Vielleicht dadurch. Vielleicht starten wir dadurch Kapitel 2. Wer weiß. Oder. Wodurch auch immer. Bis nächste Mal bei. Bis zum nächsten Mal.